Vorheerende Hochwasser begleiten den diesjährigen Frühlingsbeginn. Ich heiße Sie herzlich willkommen bei Oberösterreich Heute. Feuerwehr und Gendarmerie haben heute ein neunjähriges Kind aus einem hochwasserführenden Bach in Schwarzenberg im Bezirk Rohrbach gerettet. Der Bub war in dem, weit über die Ufer getretenen Hüttenbach abgetrieben worden. Er schwebt in Lebensgefahr. Als er zwischen den klitschigen Steinen herumhüpft, rutscht er plötzlich ab und wird vom tosenden Bach mitgerissen. Eine hektische Suche beginnt, doch erst eine halbe Stunde später wird der Körper des Kindes entdeckt, der zwischen diesen Sträuchern hängen geblieben ist.